Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,5 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, es handelt sich hierbei um ein absolutes Qualitätsprodukt mit in Dormini. Habe vor einem Jahr ein 30 Jahre altes Haus gekauft und sämtliche Elektroinstallationen erneuert. Alles wurde mit der Serie Jungass ausgestattet. Wenn man diese Komponenten in die Hand nimmt, dann fällt sofort die perfekte Verarbeitung auf. Sogar über die Konservierung des Einbaurahmens aus Metall hat man sich Gedanken gemacht, dieser wurde mit einer Schutzschicht überzogen. Und der Rest komplett mit Kunststoff verwossen, also absolut feuchteresistent. Und die Anschlussklemmen sitzen immer seitlich oben, jeweils sind pro Phase 2 Klemmen nutzbar. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.